wir wollen wir nicht also ich finde es lustig ich freue mich unglaublicherweise kann ich mich sogar noch ein bisschen an diese welt erinnern nein kannst du nicht nicht meine ich habe das nicht ohne deine hilfe genau werden wir doch mal sehen nein ich believe in you so der erste ist hier wir müssen auf nassys rücken klettern das ist schon schwerer als er sich anhört das ist doch gar nicht so einfach hier für den ich will es natürlich locker nein ja ja erst mal durch die tür ja ja dann funktioniert vielleicht dann so jetzt ja das war nämlich ein bug man muss erst durch die tür gehen damit und wer ja dann haben wenigstens schon den sechsten star gut dass ich auf diese idee gekommen bin erstmal hier den wall jump zu machen und die idee aber was und schön ist auch dass endlich mal deine maus von alleine von anfang an des parts aus dem bild nochmals danke vielen dank man ich lerne aber jetzt mal allein vom namen der aufgabe ne achte auf die felsen oder so keine ahnung ich weiß nicht genau oh rollende felsen ja da kommen wir eigentlich nicht auf die den wall jump zu machen oder ja du ja du vielleicht nicht du ja ja du feller du samariter ein geförter feller so jetzt kading mal auf nessys back ich möchte das nicht diese wirst du bist du bist dann aber wir müssen ja gleich noch die hässliche kaputt holen was müssen die man die kaputt holt die kaputt holen und da gleich im Anschluss auch die Red Coins sammeln? Nein. Nein, die Red Coins sammeln wir nicht, habe ich gehört. Auch die Red Coins sammeln wir gar nicht. Denn wir machen nur 119 Cent Stern. Okay. Bin ich dafür, kann ich mitleben. Gut. Da muss aber die 100 Münzen dieser Welt hier sammeln. Bin ich dafür, kann ich mitleben. Nein, da wollte ich dir erstmal einen Deal vorschlagen. Wie wäre es, wenn du das machst und ich ja, bekommst ein Dankeschön? Nein. Nicht? Dankeschön. Ja, bespricht. Jetzt wollte Mary oder nicht unbedingt auf die Plattform. Er dachte sich, nee, es war auf Nessie so schön. Da bricht doch glatt nochmal hin. Ja, die möchte glatt nochmal besteigen. Besteigen. So. Ich mach mal hier lieber ein Quickie. Nee. Oh, ein Quickie. Auf, äh, während du Nessie besteigst. So. Hier we go. Nein. So. Bitte? Die gehen jetzt nicht. Ähm. Muss man hier der zweite Stern. Wie komme ich den ohne die Kappe? Schau doch nach. Ah, schau doch nach. So. 8 Red Points. Ja, die kriegst du auch ohne die Kappe. Dann machen wir doch das glatt erstmal. Oh, ne. Wir machen genau das Gegenteil davon. Hier finden die acht gelben Münzen. Super. Für den Fassel-Shop. Oh. Quäle ihn doch nie so. So. Sag der Richtige. Ich hab den noch nie gequält. Ähm. So, müsste ich hier auf diese... Das war knapp. Nein. Nein, war nicht knapp. Entschuldigung, da hab ich mich verguckt. Ja. So. Hier oben ist es noch relativ chillig. Unten muss man halt ein bisschen die Kisten mit zerstören, um an die Münzen zu kommen. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Genau. Das kriegst du auch so hin. Das kriegst du auch hin, ohne die Kisten zu zerstören. Ne. Nur Chuck Norris kriegt die roten Münzen, ohne die Kisten zu zerstören. Lass Chuck Norris aus dem Spiel. Lass Chuck Norris aus dem Spiel. Oh, nö. Nö. Du musst dich schon minkig. Ich kann sehr gut argumentieren. Äh. 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 Sie lieben dich, die Fläderbeuse. Sie wollen deine Nähe. Wer liebt mich denn nicht? Dich. Ja. So. Du wolltest natürlich auf die Treppe fallen und nicht auf die Plattform. Ja. Ja. Selbstverständlich. Ja. Und du wolltest da jetzt auch nochmal runterhangeln und nicht auf die Plattform gehen. Ist alles geplant hier? Naja. Das ist hier nicht gescriptet. Das ist hier for real. Das ist hier für real, ha? Das ist die reale Leben. Ha? Ähm. So. Haben wir denn hier noch eine Box? Ich seh jetzt leider keine. Oh, nö. Ich seh auch keine. Ähm. Mach kaputt. Du kriegst die nicht. Boring. Hat die bekommen. Oh. Hat die bekommen. Oh. Ist hier langweilig, oder? We won't failed. We won't failed. Bekommst du nicht. Das wäre lustig. We won't failed. We won't failed. Ha. Hast du diesen Teil zumindest jetzt nicht bekommen, das Paar? Freunde, das wird sehr, sehr langweilig ohne Fails. Nur weil du nicht skillen kannst, so wie äh, 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 ich. So wie du, 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 du. Yeah. Yeah. So, Great White. Ich weiß jetzt noch. Von, ja, erstmal holen wir die Kappe. Nein. Machen wir nicht. Erstmal holen wir die Kappe. Nein. Machen wir nicht. Erstmal holen wir die Kappe. Die Kappe brauchen wir doch eh für die nächsten drei Sterne. Deshalb holen wir erstmal die Kappe. Wobei man rein theoretisch in den Giftkonto auch ohne gehen könnte. Könnte. Aber alles nur im Konjunktiv. Genau. Weißt du gar nicht, was Konjunktiv ist? Du bist noch mit Elf. Du bist zwölf geworden, ne? Hm, hm. Wann war das denn? Hm, 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 hm. Achso, hm, 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 hm. War das? Ja, ja, ja. Also, Stein! Umarme mich! Wolltest du den Stein umhauen? Ja. Ja. So, und jetzt beginnen wir uns wieder zu Messi. Zu Messi. Äh, zu Messi. Ja, zu Messi. Entschuldigung. Zu Lionel Messi. Oder zum Messi. Kannst du dir aussuchen? Lionel, bitte. Okay, zu Lionel Messi. Und da kläht der Mario noch ein bisschen mehr an. Er muss ja. Flashback sagt der Richtige. Flashback. Wo ist sie? Er ist? Ist der er? Das ist der Lionel. Ja, dann weiß es nicht. Oh, das ist er. Hallo, das sieht man noch an deinem Gesicht sieht man noch, dass das Lionel ist. An meinem Gesicht sieht man das, ja? Ja, dass er Lionel ist. Dass Lionel ist, mhm. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. So, Nezzer. Jetzt bring McMall, please. Bring McMall. Nick hierin. Nick zum Star. Ich möchte, ich möchte deine Vorne, ja? Ja, Nessie ist nun mal gewohnt, dass jeder, der ihn besteigt, zum Spiel möchte. Ja. Er ist auf Lionel. Haben wir doch gerade gesagt? Hörst du dir selber nicht zu? Nein. Blub, Arsch. So, und hier erwarten uns diese, beziehungsweise der zweite P-Switch. In diesem Spiel. Der grüne Schalter. Quatsch, der dritte natürlich. So. Ich habe schon mal gespeichert, beziehungsweise ein Quickie gemacht. Sicherheitshalber. Denn man kann hier aus diesem Level ausscheiden. Und fällt dann zwar... Scheide? Ekelhaft ab. Das ist halt echt arm, ne? Das tut uns leid. Und es tut uns auch leid, dass Pett so failed. Ah, we have failed. Clap, 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 clap. Du wolltest doch fail. So, dann machen wir das hier mal ganz langsam, ja? Ich frage mich, wo der grüne Schalter ist. Das fragen wir uns alle. Auch die Scheide, sagt sich das. Ah. Ah. Du bist ekelig. Ekelig. Hat er noch nie gesagt. Eben. Ja. Hm. Hm. Du hast den grünen Schalter aktiviert. Genau. Schön. So. Dann hier noch die Münze. Quäki. So. Dann die Kapper holen. Kapper. Und mit der Kapper. Hier haben wir schnell kurz Ur-Wazir. Und hier die Munzen holen. Ur-Wazir. Was? Ur-Wazir hast du gut gemacht. So Ur-Wazir, jo. Und hier die Munzen holen. Und gleich ein Stern holen. Du 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 dritt du dritt du dritt du dritt du dritt du dritt du dritt. Und dann ist dieser geheimer Star des Slossis auch geschafft. Ja. Man die Tun hex hat von dem nimm. Du 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 dritt du dritt du dritt. Hier gehen wir. Sir. Und jetzt werden wir auf diese Welt wieder如 Axie folgen. Wobei wir was noch also Family Bill eine dritt sein. Ah Münze parler. Sorry. Die restlichen drei Münzen. Ja. Wobei es wie gesagt oder wie du schon gesagt hast. Nicht unbedingt erforderlich ist. Die Kappe hierifür das giftgebiet zu haben man kann das nicht auch so packen genau aber der vollständigkeit also machst du lauf zum an dem grunde seest oder blablabla zum schluss ach so das gibt es auch noch ja das möchte zum schluss was erwartet mich hier noch mal was eine frage mich also ja rückwärts altos da gab es also stellen glaube ich noch so und so bei uns schäfern ist das so und da siehst du auch schon die also erst muss natürlich die band laufen und das klappt das nicht das stimmt so ich ziehe die fledermäuse an ja und mir so diesem lift begeben wir uns damit zum star die wir schon gesehen haben als wir auf dem weg zu nissi waren bzw zu lionel wenn wir beide sterne schon gesehen hat er auf dem weg zu lionel waren ja stimmt angeln das kann ja das kann jetzt etwas dauern dauern ja ich wollte sagen denn mario ist nicht der schnellste hangler wie er sich denn auch fest ob man hat nur eine faust er hat keine wirkliche nach fingern wenn es seine faust einfach da rein ja da wollte er sich nicht mehr festhalten hat er was da ich nicht mache ich nicht mehr die faust ging nicht glaube ich zwischen die gitter das funktioniert nicht ich bin doch mario du hast es mit einem italienischen axon ja da so funktioniert nicht nicht zwischen ich hätte das wackeln muss ich wer ja da hat von mir hat mir so war das überhaupt der der jetzt gesucht war als drittes nein nein das ist nicht egal nein man muss das chronologisch machen sonst geht das spiel kaputt ich dich so genau in zehn sekunden tatsächlich 9 18 64 32 1 so das ist jetzt laufe auf dem grund des dass man nicht schwul klang dann haben sie mitnehmen und dann geht es auf die freelancer mehr – den langen steigen – den langen steigen – so dann geht's wieder auf zur Nässie habe nehmen mein lieben und dann glück zu Mario thank you ja unglaublich und dann und das ist auch unglaublich oder Mensch Mensch ja was ich dann sagen wollte ist dann den Weg unten entlang laufen und Unter dem Wasser einen Schalter aktivieren. Durch das Gitter gehen, beziehungsweise durch die Tür, die hinter dem Gitter ist. Und dann jubeln. Genau, und dann dürfen wir gejubelt werden. Ja. Wir dürfen auch bejubelt werden und es darf gejubelt werden. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt? Nein. Nee, okay. Nee, dürft ihr euch nicht aussuchen. Pat, entscheidet ihr das jetzt? Ja. Ja. Es geht jetzt hier entlang mit einem unglaublichen Tempo. So folgen wir diesem unglaublichen Weg hier. The way is electrified, fella. So. Das hat doch super geklappt. Supi-Dupi. Nee, das hat nicht geklappt. Und ich mache mal lieber Quick-Saves, denn hier sind ein paar Sprungpassagen zu Meistern. Wann, das war jetzt Adrenalinschoss in unseren Vieren. Nein. Nein, okay, nein. Auch das stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe. Absolut nicht. Und jetzt fehlt noch der letzte Star und weißt du was? Ich weiß, wo er ist. Oh, hu. Nee. Oh, dach. Du weißt, wo er ist. Hm. Wo sie, Entschuldigung, die Münze ist es ja. Pardon. Nee, das ist keine Münze. Das ist ein, ähm. Was habe ich noch dazu gehört? Warte. Das weiß ich nicht. Denk mal kurz. Keine Ahnung. Es tut mir leid. Komm mal, nicht drauf. Ah. Ich sau. Hast du gerade gerübst? Sag's. Komm, sag's einfach. Du sau. Danke. Are you happy now? I'm happy now. You're so gemein. Bruce is really, really disappointed. Oh, ever. Oh, the main key. That's so gemein. Yo. So, da wo dieses komische Zeug da von der Wand kommt. Eine Rotze ist das. Durch die Tür. Ja, ich hab da. Genau. Ich hab voll die Tür angerotzt und dann läuft da da jetzt wo, ne? Mhm. Dann geht's hier nach oben mit dem Lift. Wir holen den letzten Sun. Das ist diese ekelhafte Welt auch from my chest. Aber die ging doch jetzt recht flott. Durchaus, ja. In der Tat. So, da haben wir den Stern auch schon. Sag mal, here we go. Here we go. Nice one. So, Leute. Das war's für diesen Part. Im nächsten Part geht's dann weiter mit Bowser. Yo, er möchte getötet werden. Und das wird er auch von Mario. Bis dann. Genau. Here we go. So, with the second Bowser. Und natürlich sacken wir gleich die Red Coins mit ein, wenn wir schon mal dabei sind. Meins. Was ist denn noch, wo alle sind? Mhm. Ich glaube, wir waren hier etwas offensichtlich, oder? Könnte man hier nicht sehen, die meisten? Was ich nicht. Nein, unglaublicherweise ist es nicht. Gibt's doch gar nicht. Aber die Mucke ist hier so episch. bei The Road to Bowser. Die haben sie bei Galaxy 2 returnen lassen. Ladies and gentlemen, returning now. Simu-Kurl auf Bowser. Findest du nicht gut? Ja, ich weiß nicht. Ich hör die gerade natürlich. Ja, aber du warst beim ersten, ersten Bowser. Das ist das Gleiche. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich die, ob ich die, also ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt kommt, ob das ist, Fäller. Nein. Unglaublich, oder? Mööööö. Da war es in den 80ern. Was man da getragen hat. Was man da getragen hat. Möchtest du mir noch weiter nachladen? Hm-hm, die nehmen wir nicht mit, die lassen wir liegen. So. Ich weiß, wo ein anderer ist. Weißt du das? Ich habe erst mal die geholt, dieses Münzen-Flittchen. Hoh! Flittchen! Hast du jetzt die gekriegt? Hm-hm. Es sah aus, als wäre es daneben gefallen. Die 4 ist zum Spaß erschienen. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich will mich nicht sehen, Alter. Ich bin München, ich bin gleich pisst und so. Ich verstehe ja gar keinen Spaß und so. Nee, mache ich auch nicht. Nein, heute nicht, ne? Heute nicht. Nee, heute nicht. Ich bin gereizt. Arrrr. Ja. Deswegen. Es ist einfach so, nimm es hin. Nein. Redet ich dir alles immer nur um dich, äh? Doch. Doch. Ja. Da ist ein Bulli, pass auf. Wo ist ein Bulli? Ich weiß nicht. Vielleicht der, der dich gerade runtergeschubst hat. Und schon wieder runtergeschubst hat. Und was schon wieder runtergeschubst hat. Dafür muss er jetzt sterben. Stirben! Hahaha. Persönliche Genugtuung. Der Bulli so. Ich bin tot. Ja. Das könnte er sich jetzt natürlich noch denken. Ja klar. Auf dem Weg hat er den Himmel flogen. Der war böse. Er war ein Bulli. Also. Ähm. Geh in die Hölle. Zu uns. Nein. Wie zu uns? Zu dir. Ich bin ausgebrochen. Ja. Wo bist du jetzt? Im Himmel. Ja. Ja. So ist das. Mit Sicherheit nicht. Weil du bist ein Halunke. Ein Böse nicht. Ne. Ne. Das bin ich. Neckt. Du hast jetzt sieben. War das richtig oder sechs? Das habe ich selbst nicht drauf geachtet. Ja. Da müssen sechs sein. Da hinten dann nur eine. Oder? Ne. Sehe ich das? Ne. Ja. Das sind sechs. Doch. Sehe ich wohl. Ich werde gleich von dem Sparky getroffen. Oder. Aha. Auch nicht. It's me. Mario. Mario. Sein ganzes Mike fällt auseinander, als er das gesagt hat. Ja klar. Ach nee. Das geht hier besser. Und anders. Besser und anders. Oh yeah. Geht's auch besser? Nein. Nur anders. Letzt du sehen? Letzt du sehen? Letzt du sehen? Ja. Timer. OMG fella. Oh my fucking gosh. Gosh? Hm. Wollen wir den Star oder lassen wir den da? Nee. Ich würde sagen, wir lassen den dann, ne? Wofür brauchen wir den denn? Weiß ich auch nicht. Machen wir nur 118 Sterne. Und man, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Das ist natürlich eine Coin. Das ist eine Münze. Richtig. Ist mir auch aufgefallen, ich wollte dich nur nicht verbessern. Wieso nicht? Ich weiß. Auch nicht. So. Star number six to die Hälfte haben wir. Und damit nutzen wir jetzt Bowser number two. Erzähl du nur. Das interessiert mich eh nicht. So ist das. So. Du bist ja gar nicht so cool gerutscht, so. Siehst du? Der Trichter war voll und muss nicht besorgen. Trichter? Uh. Wow. Was willst du denn schon wieder? Du bist ja lästiger als ein schwachem Stubenflieger. Oh. Selten. Als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Power-Steine zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. Ja. Übertreib mal zuvor. Wollen wir sie ihm wiedergeben? Ja. Würde ich sagen. Ja. Friedensangebot. Okay. Komm mal her, Hanni. Komm mal her. Na? Wo ist sie dir? Du sollst mich verfolgen. Ich möchte deinen Cock. Oh. Ich bin falsch ausgedrückt. Ich möchte deinen Schwanz packen. Und mit ihm wehchen. Mann. This guy is. This guy is a son of a bitch. A son of a bitch, ja. Komm mal, fella. Komm mal. Komm mal. Gib mir das zu mir. Komm mal. What a son of a bitch. Wieso darfst du, kann er da nicht drauf stehen sein? Weiß ich nicht. Das ist unfair. I will cut your cock off, you son of a bitch. Ich sage schon wieder. Wie teleport. Come on over. Come on over. Nee, der springt jetzt. Das gibt's doch nicht. Der morght net. Come on. Come on. Come on. Der Kameramann hat Angst. Der ist erst mal 10 Kilometer weggegangen jetzt. Yes, 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 yes. Da überrennt er mich zwar, aber das ist es mir wert, sofern ich ihn hier natzen kann. So. Cam-Einstellung hier ist okay. Okay, ich mach das mal mit dem Quickie. Schau los, geht los in. Was? Nein! Ich hab auf R5 gedrückt. Hoch. Wir dürfen das Ganze nochmal machen. Witzig, ne? Weiß ich nicht. Find ich nicht so jetzt. Komm her. Schnucki, komm her. Jupp. Mhm. Da wolltest du den nicht kriegen. Nicht wirklich, ne. Da wolltest du ihm nochmal zeigen, wie schön du auf deinem Bauch rutschen kannst. Mhm. So. Hier wolltest du es ihm auch nochmal zeigen, aber irgendwie... Ja, mhm. Das wird schwer jetzt, ey. Ich würde den anderen nehmen, auf der anderen Seite. Zu spät. You are down and we got the key for the first etage. Wow. Du hast schon wieder gewonnen. Hatte mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses, auf den ich dort werde. Wir sehen, wer stärker ist. Ich bin auch für den unentschieden. Ja. Mein Name haben ihn zweimal genannt, steht's jetzt so... Pfff, 2-2. Okay. Dir, 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 Dir. Dass er auch immer Peace zeigen muss. Ist ja noch gar kein Peace. Peace ist der erste Modell weg. Stimmt. Gratulation. So, Leute. Bowser ist genatzt. Minky übernimmt das Steuer am nächsten Part wieder, ne? Nö. Nö, noch nicht? Nö, meine nicht. Alles klar. Dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder hier bei Super Mario 4.60. Ciao. Tschüss!